Der hier gezeigte Hykon Ringtrennschleifer HRS400 überzeugt nicht nur durch seine technischen Daten. Dieser Granitblock von ca. 30 bis 40 cm Stärke wird in knapp 1 Minute 40 Sekunden durchtrennt. Mit nur 10,9 kg Eigengewicht, einer Antriebsleistung von bis zu 18 PS und der integrierten Verschleiß- und praktisch-verzögerungsfreien Sicherheitsabschaltung werden maximaler Arbeitsfortschritt bei maximaler Sicherheit gewährleistet. Die integrierte Sicherheitsabschaltung des Systems stellt sicher, dass bei Verklemmen des Ringes weder der Bediener verletzt noch das Werkzeug beschädigt werden können. Die ergonomische Konstruktion ermöglicht dem Mitarbeiter neben ermüdungsfreiem Arbeiten auch ein optimales Sichtfeld in jeder Arbeitsposition. Für den gezeigten Schleifvorgang werden bei optimaler Wasserzufuhr pro Minute nur 4 Liter Wasser benötigt. Für das Durchtrennen des gezeigten Granitblockes fallen somit weniger als 8 Liter Wasser an. Dies führt zur Minimierung der Folgekosten für das Auffangen und Entsorgen des Schleifwassers. Die Umfangsgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar von 37 bis 49 m pro Sekunde. Somit kann für jedes Material die optimale Schnittgeschwindigkeit gewählt werden. Dies führt zu einer weiteren Minimierung der Schnittzeiten und der damit verbundenen Kosten. Der Ringtrennschleifer ist 100% abgasfrei. Dies ermöglicht den sicheren Einsatz sowohl unter Wasser als auch in geschlossenen Räumen. Dieser Ringtrennschleifer ist natürlich Bestandteil unserer Effizienzkiste. Sie können diese im Rahmen einer Kurz- oder Langzeitmiete auf Ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit testen. Natürlich können Sie diese auch jederzeit käuflich bei uns erwerben. Danke fürs Anschauen. Hier geht es zum Abonnieren, hier zum Kanal, hier zur Homepage und hier zur Playlist. Bis zum nächsten Mal.